Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Schreiben Sie das Original-Spartenstichtrio aus Berlin mit seinem einzigartigen Nostalgie-Programm. Drei sympathische Musiker bringen für Sie den Charme der frühen 50er Jahre auf die Bühne. Das Spatenstichtrio, stets ein Garant der gepflegten Unterhaltung. Wenn es dann schon dunkelt, Stern um Stern uns lacht, werde ich dich küssen, halb dem Arm dich sacht. Dann sind wir so selig, wie im Paradies. Gisela, ich lieb dich, du bist süß. Brudelüü, papp, 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 Gisela, ich lieb dich, du bist süß. Wer mal am Kohlfürstendamm seinen Kaffee trank, kommt immer wieder nach Berlin. Dort ging die süßesten Frauen von der Welt entlang, zwischen Hallensee und Tauensee. Wer mal am Kohlfürstendamm auf den Bummel ging, den zieht es sich. Wenn die Elisabeth nicht so schöne Beine hält, hätt sie viel mehr freut, an dem neuen langen Kleid. Doch da sie Beine hat, tadellos und kerzengrat, tut es ihr so leid, um das alte kurze Kleid. Begleiten Sie nun die drei jungen Herren für ein letztes Lied zum Brandenburger Tor. Das Spatenstichtrio, immer und überall Ihr musikalischer Botschafter Berlins. Ich hab noch einen Koffer in Berlin, der bleibt auch dort und das hat seinen Sinn. Auf diese Weise lohnt sich die Reise, Denn wenn ich Sehnsucht hab, dann fahr ich wieder hin.